Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Potenzen mit gleichem Exponenten, multiplizieren und dividieren. Vorsicht, dieses Mal ist das, was oben steht, identisch und nicht die Basis. Das war in den bisherigen Videos und Kapiteln der Fall. Jetzt stehen oben die gleichen Zahlen. Und das seht ihr hier auch an diesen vier Aufgaben. Und wie man die jetzt geschickt umformen kann, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich schaue mir natürlich erstmal wieder die Potenzen einzeln an. 2 hoch 3 weiß ich, wie man umschreiben kann und 4 hoch 3 weiß ich, wie man umschreiben kann. Das mache ich jetzt einfach und setze ein Mal dazwischen. 2 hoch 3 gibt 2 mal 2 mal 2, dann dieses Mal dazwischen gesetzt, 4 mal 4 mal 4. Noch hat sich nicht viel geändert, wo wir was erkennen. Aber es gibt ein Gesetz, das wir jetzt hier anwenden können. Ihr kennt das bestimmt, das Kommutativgesetz. Man darf Faktoren bei einer Multiplikation vertauschen. Hier haben wir eine Multiplikation. Deswegen darf ich jetzt die Zweier und die Vierer so setzen, wie ich möchte. Und jetzt setze ich einfach paarweise Zweier und Vierer zusammen. 2 mal 4, 2 mal 4, 2 mal 4. Ihr seht richtig, das kommt jetzt insgesamt 1, 2, 3 mal vor, dieses Paar. Also kann ich dieses Paar auch als Potenz schreiben. 2 mal 4 in Klammern, das ist die Basis, hoch 3. Das wäre jetzt natürlich umständlich, wenn ich jedes Mal diese Zwischenrechnung machen muss. Also kürze ich wieder ab. Ich lasse die Zwischenrechnungen weg und schaue, wie komme ich denn von der Rechnung direkt dorthin. Nun ist es ganz einfach. Dadurch, dass wir ja 3 solche Paare hatten, 2, 4, 2, 4, 2, 4, jeweils 3 mal, konnten wir das auch 2 mal 4 mit dem Exponenten 3 zusammenfassen. Und das ist wiederum eine Regel, die wir als neue Potenzregel jetzt kennen. a hoch n mal b hoch n ist gleich a mal b hoch n. Das heißt, unterschiedliche Basis, gleicher Exponent. Ich kann jeweils immer so viele Paare zusammenfassen, wie hier oben stehen. Und damit eine andere Potenz aus der ursprünglichen Potenz machen. Schauen wir uns diese Aufgabe dazu an, dann wird es recht leicht. Auch hier habe ich denselben Exponenten. Das heißt, ich darf die Basen miteinander multiplizieren. minus 3 mal 4 und das dann klammern mit dem Exponenten 2. Aufpassen, wäre hier der minus 3 hinten gestanden, hätte ich 4 mal in Klammern minus 3 setzen müssen, damit nicht die Rechenzeichen hintereinander stehen. So geht also das Multiplizieren. Jetzt schauen wir uns noch das Dividieren an. Auch hier schauen wir uns an, 2 hoch 2 können wir schreiben als 2 mal 2 und das kennen wir schon. Wir schreiben statt einem Divisionszeichen einen Bruchstrich. 4 hoch 2 gibt 4 mal 4. Und das kann ich nach den Regeln der 6. Klasse ja auch anders schreiben. Ich kann aus diesem einen Bruch zwei Brüche machen. 2 Viertel mal 2 Viertel. Und das wiederum kann ich als Potenz schreiben. 2 Viertel hoch 2. Und auch das hätte ich jetzt noch anders schreiben können. Anstatt eben diesem Bruch hätte ich auch 2 geteilt durch 4 in Klammern hoch 2 schreiben können. Und auch hier kürzen wir wieder ab. Wie kommen wir jetzt von der Aufgabe direkt zu der Aufgabe? Es ist genau das Gleiche. 2 geteilt durch 4. Das Ganze in Klammern hoch 2. Dadurch, dass davon und davon jeweils gleich viel da sind, kann ich das zusammenfassen. Wir kommen zur Regel. a hoch n geteilt durch b hoch n ist gleich a geteilt durch b in Klammern als Basis hoch n. So viele Pärchen kann ich hier zusammenpacken. Und dann darf ich natürlich a geteilt durch b, das hier in Klammern, auch als Bruch schreiben. a betel in Klammern hoch n. Und wenn wir uns diese Regel hier nochmal mit anschauen, kann ich das natürlich auch mit Variablen machen. Minus x geteilt durch minus y in Klammern hoch 3. Selber Exponent, ich kann es zusammenfassen. Und das kann ich natürlich auch als Bruch schreiben. Minus x durch minus y hoch 3. Bei allen vier Aufgaben hätte ich jetzt natürlich auch noch weiterrechnen können. Es ging hier nur um die Gesetze, die neuen, die wir hier haben. Wie fasse ich eben solche Aufgaben und Potenzen zusammen, wenn der Exponent gleich ist? Noch eine kurze Ergänzung. a und b sind hier aus dem Element q. Das heißt, alle rationalen Zahlen dürfen hier verwendet werden. Und n sind ganze Zahlen. Hier ist a Element der rationalen Zahlen, b Element der rationalen Zahlen ohne die 0. Eine Division durch 0 ist nicht erlaubt. Deswegen darf hier die 0 nicht für b eingesetzt werden. Und n ist Element der ganzen Zahlen. Heute haben wir also gelernt, wie man Potenzen mit gleichem Exponenten vereinfacht oder zusammenfassen kann. Jetzt kennt ihr eine ganze Stückzahl an Potenzgesetzen, die es jetzt gilt, auswendig zu können, beziehungsweise so zu können, dass man sie auch dann versteht, wenn die Aufgaben vermischt drankommen. Das ist also eure Aufgabe. Diesen Hefteintrag hier fertig machen. Und dann solltet ihr bis zur nächsten Stunde alle Potenzgesetze können. Tschüss!